Wo sind denn die Ursachen zu sehen für diese Entwicklung? Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen? Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichend schauen. Und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht nochmal schlechter gehen. Zum zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird glaube ich auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren.